Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maja Andreas. Ich komme aus der Arbeitsgruppe Geoökologie und werde im Folgenden darüber aus Teilaspekten unserer Forschung erzählen. Das heißt, ich werde über Strahlungsflüsse und Energiehaushalt und wie das Ganze mit dem Klimawandel zusammenhängt erläutern. Die Arbeitsgruppe Geoökologie misst den Austausch, den Gasaustausch von klimarelevanten Spurengasen in Feuchtgebieten. Und wir messen diesen Austausch mittels der Ediko-Varianz-Methode und diese Messtürme sind unter anderem mit Strahlungssensoren ausgestattet. Die brauchen wir, um etwaige Gaps in unseren Datensätzen füllen zu können. Mit der Zunahme der von klimarelevanten Spurengasen in der Atmosphäre nimmt auch die Transparenz der Atmosphäre bezüglich bestimmter Strahlungswellenlängen ab. Das heißt, der Klimawandel verändert auch die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre und damit auch die Transparenz dieser. Das heißt, es wird im Folgenden über den Strahlungsaushalt in einem System Erde, Atmosphäre, Sonne gehen. Und das ist eben hier jetzt mal das Wichtige. Dieses Strahlungssystem besteht nicht nur aus der Sonne auf der einen Seite und der Erde als Empfänger, sondern wir werden sehen, dass die Erde hier viel aktiver an diesem Prozess teilnimmt. Aber eben nicht nur die Erde, sondern auch die Atmosphäre eine ganz wesentliche Rolle für die Lebbarkeit auf diesem Planeten spielt. Um einfach mal einen kleinen Blick auf so einen Strahlungsplot zu werfen, sieht man folgendes. Hier sind jetzt einfach mal über die Zeit, also die X-Achse beschreibt hier den Zeitverlauf, das sind die Strahlungsflüsse über 24 Stunden bzw. 48 Stunden. Das heißt, zwei Tage sind hier abgebildet. Auf der X-Achse die Zeit und auf der Y-Achse die Strahlungsleistung in Watt pro Quadratmeter aufgetragen. Und jetzt sieht man, wenn man hier jetzt noch die Tages- und Nachtzeiten etwas verdeutlicht, sieht man, dass es hier Strahlungsflüsse gibt, die vorwiegend oder ausschließlich tagsüber aktiv sind. Das ist einerseits dieser grüne Graph und einerseits der blaue. Das sind die beiden, die nachts auf Null abfallen. Und auf der anderen Seite haben wir hier Strahlungsflüsse, die quasi rund um die Uhr aktiv sind. Das sieht man zwar schon, dass sie tagsüber ansteigen, dass sie auch zur Mittagszeit ein bestimmtes Maximum erreichen, aber dass sie dann nachts über relativ konstant auf hohem Niveau quasi auf Sendung sind. Die Frage ist jetzt, wenn wir davon ausgehen, und diese Annahme ist vielleicht sogar naheliegend und richtig, dass diese grünen und blauen Kurven unmittelbar mit der Sonneneinstrahlung zu tun haben, dann ist die Frage, was sind das dann für Strahlungsflüsse, die hier rot abgebildet sind. Um das verstehen zu können, ist es hilfreich, sich einiger physikalischer Grundlagen zu bedienen. Beginnen wir mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Diese ist konstant, unabhängig von der Frequenz und der Wellenlänge. Das bedeutet, die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist gleich die Frequenz mal der Wellenlänge. Dieses Produkt ist konstant, weil V0 konstant ist. Das heißt, Frequenz und Wellenlänge verhalten sich inverse zueinander. Wenn das Produkt konstant ist, dann muss gelten, dass je höher die Frequenz ist, desto niedriger ist die Wellenlänge. Wenn dieses Verhältnis gegeben ist, ist das Produkt konstant. Das ist mal wichtig zu verstehen, zu wissen. Und in dem nächsten Schritt wollen wir uns den Energiegehalt zu einer Wellenlänge anschauen. Hier sehen wir auf der einen Seite, die Energie ist gleich das Planck'sche Wirkungsquantum mal der Frequenz. Das heißt, die Energie ist direkt proportional zur Frequenz. Das heißt, je höher die Frequenz einer Welle, einer elektromagnetischen Strahlung ist, desto höher ist ihr Energiegehalt. Wenn man jetzt den Zusammenhang mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit, wenn wir die Geschwindigkeit noch hineinbekommen, dann sehen wir auch, dass sich das inverse zur Wellenlänge verhält. Das heißt, je größer die Wellenlänge, desto niedriger fällt der Energiegehalt einer Welle aus. Jetzt sehen wir, hier gibt es Frequenzwellenlänge, hier gibt es einen bestimmten Energiegehalt. Woher kommt denn nun diese Strahlung? Wer strahlt überhaupt? Und wie strahlt jemand überhaupt? Und hier ist wichtig zu wissen, dass jeder Körper, der eine Temperatur über dem absoluten Nullpunkt hat, also eine Temperatur größer als 0 Kelvin, einen bestimmten Wärmegehalt hat. Und entsprechend dieses Wärmegehaltes strahlt dieser Körper. Insofern ist die Frage, wer strahlt einfach zu beantworten. Alles strahlt, jeder strahlt. Die Frage ist also nur, wie strahlt jemand, bzw. wie schaut so ein Strahlungsspektrum aus? Und hier gibt es das Planck'sche Strahlungsspektrum, das uns genau zeigt, wie so ein Spektrum ausschaut. Und da sieht man, wenn man das hier jetzt mal für einen schwarzen Körper betrachtet, das ist eine sehr asymmetrische Kurve, die in dem Fall für einen Körper geplottet worden ist, der der Sonne nachempfunden worden ist, der eine mittlere, äußere Temperatur von etwa 7000 Kelvin hat. Da sieht man, dass die Kurve bei hohen Energien, also bei niedrigen Wellenlängen, sehr stark ansteigt und dann abflachend Richtung langweiliger Strahlung ausklingt. Soweit zur Sonne. Das heißt, wir sehen, da gibt es eine bestimmte Wellenlänge, die mit einer bestimmten Frequenz korrespondiert, an der das Strahlungsspektrum ein Maximum hat. Und, das wurde dann auch sehr bald schon erkannt, es gibt dieses Maximum, also das Maximum in diesem Strahlungsspektrum ist etwas, das sich mit der Temperatur des Körpers verschiebt. Je höher die Temperatur des Körpers ist, desto mehr verschiebt sich dieses Maximum zu höheren Energien. Und vergleicht man nun die Temperatur der Sonne auf der einen Seite mit etwa 7000 Kelvin unter Erde, auf der anderen Seite mit ihren etwa 300 Kelvin, so ist natürlich die Annahme richtig, dass sich das Spektrum der Erde, das Maximum des terrestrischen Strahlungsspektrums, in den langweiligen Bereich verschiebt. Das heißt, die Erde hat ein Maximum etwa bei 10 Mikrometer, während die Sonne bei 0,5 Mikrometer ihr Maximum hat. Das sind diese 500 Nanometern, das ist dort, wo der Mensch auch das menschliche Auge seine höchste Sensibilität hat. Das ist das, was wir grundsätzlich in der Regel als Licht bezeichnen. Wir haben jetzt gesehen, das Maximum verschiebt sich hin zu längeren Wellenlängen bei tieferen Temperaturen. Die Frage ist jetzt aber, wie verhält sich die Abstrahlungsleistung? Wie sieht die aus? Und da gibt es das Stefan-Boltzmann-Strahlungsgesetz, das beschreibt, dass die Abstrahlungsleistung proportional ist zur Oberfläche des Körpers und zu seiner Temperatur, allerdings der Temperatur hoch 4. Das heißt, die Abstrahlungsleistung skaliert ziemlich stark, exponentiell und führt dazu, dass man beinahe meinen könnte, dass die Abstrahlungsleistung der Erde vernachlässigbar ist im Vergleich zur Sonne. Für uns auf der Erde ist es natürlich sehr wesentlich. In einer ersten Näherung würde man nun meinen, dass die Abstrahlungsleistung der Erde aufgrund der vergleichsweise tiefen Temperatur zur Sonne vernachlässigbar ist. Für uns auf der Erde ist es natürlich ein sehr substanzieller Anteil unseres Energiehaushaltes. Aber natürlich im Vergleich zu dem, was die Sonne sozusagen permanent in den Raum ausstrahlt, ist natürlich verglichen dazu die Ausstrahlung der Erde ziemlich gering. Und eben wie schon gesehen auf diesem linearen Plot so einfach gar nicht darstellbar, weil zu gering. Gut, jetzt haben wir auf der einen Seite die elektromagnetische Strahlung, die da nun auch im Vakuum sich ausbreiten kann. Was passiert aber jetzt, wenn diese Strahlung auf Materie trifft? Da gibt es eine Vielzahl an möglichen Wechselwirkungen. Vier davon wollen wir uns jetzt genauer ansehen, weil wir sie im Folgenden brauchen werden. Einerseits, wenn jetzt Strahlung auf Materie trifft, kann sie die Materie durchqueren. Dann, ohne Wechselwirkung, dann würden wir diese Materie diesbezüglich als transparent bezeichnen. Was anderes kann passieren, es kann aber auch sein, dass die Strahlung reflektiert wird von der Oberfläche des Körpers. Das heißt, die Strahlung wird wieder zurückgeworfen. In dem Fall ist der Winkel entscheidend. Der Einfallswinkel ist gleich der Ausfallswinkel. Hier gibt es gewisse geometrische Beziehungen, die erhalten sind. Es kann aber auch dazu kommen, dass die Strahlung von dem Körper absorbiert wird. Das heißt, dieser Energiegehalt, den ich anfangs erwähnt habe, Energie ist gleich H mal der Frequenz, diese Energie kann auch von dem Körper absorbiert werden, führt dann dazu, dass die Strahlung nicht länger als diese Strahlung weiterverbreitet wird, sondern zu einer Erwärmung des Körpers führt. Eine weitere Wechselwirkung ist die Streuung. Die Streuung findet zwischen Strahlung und gasförmiger Materie statt. Was hier passiert ist, hier kommt eine elektromagnetische Welle heran und wenn die Energie der Welle passt, gelangt das Molekül in einen angeregten Zustand. Nach einer bestimmten oder unbestimmten Zeit relaxiert dieses Molekül wieder und sendet eine Strahlung aus. Das Entscheidende dabei ist, dass die Richtung, in der dieses Molekül dann Strahlung re-emittiert, die es eingangs absorbiert hat, dass diese Richtung unabhängig ist von der Richtung, aus der die ursprüngliche Strahlung gekommen ist. Diese vier Wechselwirkungen sind immer abhängig vom Energiegehalt einer Welle, das heißt von der Wellenlänge und von der Frequenz. Und wenn man jetzt sieht, dass wir hier von Körpersprechen, von thermischen Körpern, wie Sonne, Erde, die eigentlich nicht nur bei einer Wellenlänge, bei einer Frequenz strahlen, sondern immer ein gesamtes Strahlungsspektrum abdecken, allerdings natürlich mit unterschiedlichen Intensitäten, aber dennoch abdecken, dann sieht man immer, dass, wenn wir jetzt von irgendeiner Wechselwirkung sprechen, wir immer eine Vielzahl an Wechselwirkungen parallel haben. Das heißt, wenn wir ein Strahlungsspektrum von der Sonne haben, dann finden immer eine Mischung all dieser Wechselwirkungen zugleich statt. Gewisse Teile werden transmitiert, passieren die Materie, andere werden aufgrund ihres Energiegehalts reflektiert, andere werden absorbiert. Das heißt, hier ist eigentlich, diese Wechselwirkungen finden, bei solchen Strahlungsspektrumen, wie wir sie heute hier besprechen, finden sie parallel statt, abhängig von ihrem Energiegehalt. Mit diesen physikalischen Werkzeugen sind wir dann in der Lage, diese nächtlichen Strahlungsflüsse verstehen zu können. Das ist der Inhalt des nächsten Videos. Das ist der Inhalt des nächsten Videos. yap okay, dass er noch nachgesasses dabei stirbt gibt, erstellen Herz Absatz, vertreten, Untertitelung des ZDF, 2020